Hallo ihr Lieben, wir sind hier in einem kleinen Wildpark und die Luisa wird gleich reiten gehen und hier sind auch ein paar Tiere, die man uns angucken kann, genau. Und vielleicht gibt es da was zu essen. Ja, können wir mal gucken. Und dann wollen wir euch wieder ein bisschen mitnehmen. Freschenkorn am Köpfchen, freut sich, ne? Und was machst du jetzt? Reiten. Papa ist gerade Märkchen holen und dann kann die Luisa reiten. Schauspiel. Untertitelung. Ja, war ein Farbespferdchen, ne? Ja. Macht's Spaß, Brüder? Ja. Wir haben mittlerweile schon Viertel vor sechs, weil es heute so heiß ist, sind wir etwas später gefahren. Wir haben heute über 30 Grad und jetzt ist es so ganz angenehm, man kann es aushalten. Und Isa wollte unbedingt nochmal mit dem Pferd reiten. Und es sind auch ein paar Tiere, die kann man sich anschauen. Ich glaube, dem Pferd ist es auch heiß. Hallo Isa. Ja, armes Pferdchen. Da weißt du, ob das heute schon gelaufen ist. Geht im langsamen Schritt. Ja, das Pferdchen hat auch Hunger, ne? Auch mal ein bisschen fressen. Schön im Schatten, Halbschatten. Ja. Ich hab aber Hunger. Ja, ich hab aber Hunger. Ähm... Ähm, kann das? Hm. Krass ist mit ihm. Hm. Ja. Schön frisch. Auch wieder. Und festhalten. Jetzt gehen wir wieder zurück. Zeit nicht rum. Ja. Jetzt gehen wir ja langsam zurück, ne? Ja. Dann gucken wir gleich noch die anderen Thesen. Wildschweine, die sich zanken. Jetzt sind wir wieder. Jetzt sind wir wieder angekommen. Na? Jetzt hat das Pferdchen wieder eine Pause. Hm. Du hast bestimmt Durst, ne? Hoppa. Oh. Jetzt, ähm, holen wir Futter. Und füttern wir ein bisschen gut hier, ne? Mhm. Ich hab... Dann geh Futter holen. Ja? Mhm. Kannst du schon dran? Oder musst du nochmal helfen? Ja. Der Papa hilft dir. Ja. 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 Guck mal, da kommt noch eins, freuen sich jetzt. Mach die klache Hand, dann kannst du aus der Hand, dann hast du keine Angst zu haben. Ja, dann können wir auch. Ja, ich hab immer Hunger. Guck mal, guck mal, ich hab auch Hunger. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Hast du keine Angst zu haben, der macht nichts. Guck mal, der Mama sieht aus. Guck mal, der Mama sieht aus. Ach, das ist nicht passiert. War nicht gelingt. Guck hier. Guck hier. Guck hier. Guck mal, die Mama sieht aus. Guck mal, die Mama sieht aus. Lovisa, wie findest du es hier? Wie findest du es hier? Ja, schön. Das denke ich mir noch. Ponyreiten war schön, ne? Und da habe ich noch viele Futter. Wir können jetzt mal hier gucken, welche Futter sind. Ja, seht ihr? Da ist weiß drin, ne? Ja. Oh ja. Sehr viel. Jetzt müssen wir auch machen. Fangen wir. Jetzt müssen wir auch machen. Flache Hand. Mach mal flache Hand. Mach ihn wirklich nicht. Lass mich, lass mich hoch. Jetzt. Komm mal rein. Guck mal. Guck mal. Mach nicht. Darf ich nicht hin? Ja, kannst du gleich. Ich mach's jetzt nicht sauber rüber. Nicht schon in der Hose, auch so viel. Mach das gleich mal. Guck mal. Bisschen näher. Schmeckst dir die Hose auf den Boden. Ne Luisa, so kann man nicht treffen. Musst du schon mit der flachen Hand und dann... Da, guck mal. Ja, guck mal. Du bist da. Ja. Guck mal, die haben sein. Ich weiß, wie du hast. Seine. Komm, Luisa, nicht wahr, gar nicht? Ja. Bis zum nächsten Mal. Ich bin auf der Klenküche, aber habe ich geholfen! Ich bin auf der Klenküche, der Klenküche hat. Ich bin auf dem Klenküche. Ich bin auf der Klenküche! Den darfst du nicht schüttern, komm. Der hat aber auch, guck mal. Guck mal, wie schön der ist. Der hat so ein schönes Geweihand. Richtig schön. Ja, lecker hier. Ein bisschen weiter musst du schon werfen, weil die Frauen fangen sie nicht an. Ja, so ist es gut. Guck mal, wer das Geweih hat. Siehst du das? Oh ja, kann ich das tun. Mach ich nicht mehr mit. Papa, kannst du bitte neues Rutter holen? Ich guck mal, ja. Kannst du an die Tiere gucken. Vielleicht wollen die auch was finden. Guck mal, ob die das aufreißen wollen. Guck mal, die warten schon. Meine Frau, macht ihr da noch ein Selfie? Ich glaub's nicht. Du nicht. persistieren. Nein, das war ja so. Welchen Moran, kann ich auch besser an integrieren? Das war der WTC, ich weiß es nicht, was gefällt. Hast du gehört, die Wildschweine, die Grunzen? Hier ist noch ein kleiner Spielplatz. Jetzt kommt der Wasserball mit Luisa jetzt noch hin. Ein bisschen spielen, weil mittlerweile ist es auch endlich was kühler geworden. Man kann es echt gut aushalten im Moment. Aua! Papa! Hallo! Puh-puh! 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 Ach guck mal, hier sind noch die kleinen Hasen drin. Oh, guck mal, wie lief ich den Kleinen hier. Oh, guck mal, wie lief ich den Kleinen hier. Wie, lief ich den Kleinen hier. Oh, guck mal, hier ist. Kochen, komm. Hai. Hallo. 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 Guck mal hier, wie süß, ganz kleines Häschen, total niegrisch, bist du aber süß? Toll, super, gut gemacht, nein, ich bin in der Runde, dauro und Luisa wollten um Spielplatz bleiben, bzw. Luisa wollte um Spielplatz bleiben, Wir sind jetzt nochmal hier runtergestanden und hier sind noch ein paar Rese. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind jetzt noch ein Stück gelaufen. Hier ist noch ein anderer Spielplatz, die ist echt so schön, weil hier ist man so im Wald. Es ist schön angenehm, die Luft und alles so schön ruhig und ganz toll. Luisa freut sich total, die mag es Spielplätze. Mama, unser Waffenkopf, ich kann auf ein Ebel reißen. Guck mal, wie toll, wie ich da drauf kann. Kannst du das schon? Warte, das ist auch da, keine Lust. Piaaa! 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 Hallo, Luisa! Ich komme raus. Piaaa! Das ist echt wunderschön hier, Luisa, total viel Spaß und hier ist auch so schön angenehm kühl bei der Hitze heute. Es ist echt wunderschön hier. Hier gehen wir eigentlich immer im Sommer hin, mindestens einmal. Macht Spaß? Ja. Mach's gut, Papa. So, mein Mann und ich hauchen ein bisschen. Mein Mann ganz schnell, ich ganz langsam, ist er gerade abgesprungen. Extra kleine Häuser für Kinder, passend für dich. Da sind aber viele Häuser. Stark! Uiuiuiuiuiui! Wir sind wieder zu Hause angekommen. Luisa geht jetzt noch duschen, die ist auch total müde. Und wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen hoch. Über ein Abo würden wir uns auch natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!